Wofür der Körper überhaupt Zykline nutzt und welche Funktionen CDKs dabei haben, das wollen wir euch heute in diesem neuen Video von Selbstorientiert für Medizinerinnen erklären. Bleibt dran und viel Spaß beim Video. Und hier seht ihr einmal eine Übersicht über alle Timestamps, die in dieser Folge wichtig sein werden. Falls ihr also ein spezifisches Thema lernen wollt, dann guckt da zuerst rein. Und bevor das Video jetzt startet, möchten wir euch noch kurz darauf hinweisen, dass wir natürlich einen Kurs rund um den Zellzyklus für euch veröffentlicht haben. Das heißt, falls euch der interessiert, schaut da gerne mal in die Videobeschreibung hinein. Erster Link für euch, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und dort könnt ihr alles rund um Karteikarten, einen eigenen kompletten Text zur Erklärung nochmal finden. Also checkt das gerne aus und jetzt würde ich sagen, ganz viel Spaß beim Video. Gucken wir uns jetzt Zykline und CDKs an. Was ist das überhaupt? Grundsätzlich ist es so, dass Zykline und CDKs die Aufgabe haben, den Zellzyklus zu regulieren. Und dabei sollen sie insbesondere dort eingreifen, wo der Übertritt in die verschiedenen Phasen aktiviert und reguliert werden müssen. Dabei ist es so, dass Zykline die CDKs aktivieren und diese dann in den entsprechenden Phasen als Effektoren dienen. Das heißt, wenn entsprechende Komplexe ausgebildet werden müssen, dann dienen die CDKs dazu, dass entsprechende Komplexe ausgebildet werden. Gucken wir uns nun als erstes den Komplex Zyklin D mit CDK4 bzw. CDK6 an. Dabei basiert das meistens auf einem extrazellulären Wachstumssignal und wird ausgeschüttet. Dieser Komplex dient dann der Aktivation des Transkriptionsfaktors E2F. Dieser wird wiederum durch das Retinoblastoma-Protein RB festgehalten. Dabei ist es so, dass dieses RB dephosphorylierend aktiviert werden kann. Das heißt, RB hält den E2F-Faktor fest und wird erst durch diese Aktivierung, durch Zyklin D und CDK4 bzw. 6, dann aktiviert und dadurch durch ein Heterodymer phosphoryliert. Dann kommt es durch die Umstrukturierung von Hyston, Deacetylasen und Chromatin schlussendlich zu dieser entsprechenden Änderung, die dringend notwendig ist, um dann E2F zu aktivieren. Dadurch haben wir jetzt den Übergang in die nächste Phase reguliert. Wie wir anhand der Grafik sehen können, ist der Übergang von der G1 in die S-Phase jetzt abhängig von Zyklin E. Dieses bildet wiederum mit CDK2 einen Komplex, der dann den Übergang in die S-Phase ermöglicht. Dort werden dann verschiedene Proteine transkribiert, was wiederum auch abhängig von dem Transkriptionsfaktor E2F ist. Das heißt, dieser E2F hat tatsächlich eine sehr wichtige Funktion hier in diesem Fall. Der Übergang später dann in die Mitose, also von G2 zur M-Phase, ist wiederum abhängig von Zyklin A, aber auch von CDK2, der wiederum auch Zyklin A mit CDK2 ein Komplex bilden kann und so dann den Übergang zur Mitose regelt. Dabei ist es so, dass hier ein Präreplikationskomplex entsteht, der entsprechend für die Mitose dann notwendig ist. Ansonsten ist hier nicht möglich, dass wir einen Übergang zwischen G2 und Mitose haben. Nun ist es ausschließlich möglich, den G2-Kontrollpunkt komplett zu überwinden, indem wir auch noch Zyklin B vorfinden. Das sehen wir hier einmal, wir haben einen sehr raschen Konzentrationsanstieg und der basiert darauf, dass hier jetzt die Bildung des M-Phase Promoting Faktors stattfindet. Abgekürzt kann man dazu auch MPF sagen. MPF ist wiederum dafür verantwortlich, dass wir hier entsprechend dann die Initiation der Entfernung der Kernhülle haben und so kommt es dann entsprechend durch die Entfernung von CDK25 dazu, dass wir den Übergang des G2-Kontrollpunkts vermitteln können und dadurch ausgelöst durch Zyklin B entsprechend in die Mitose übergehen können. Zyklin B kann dann ein Mythotic Exit machen und dadurch haben wir hier auch diesen raschen Konzentrationsverlust einmal erklärt. Wichtig ist dabei, dass es verschiedene Inhibitoren in diesem ganzen Zyklus gibt, also wir eine zusätzliche Regulation durch CDK-Inhibitor-Proteine haben, die entweder der ING4 oder der ZIP und KIP-Familie angehören. Wir sehen außerdem, dass eine Apoptose durch die DNA-Zellschäden durch P53 vermittelt wird und dann weiter über P21. Außerdem haben wir einen Einfluss auf Zyklin E durch P27. Fassen wir euch das Wichtigste der Zykline und CDKs noch einmal zusammen. Grundsätzlich ist es so, dass jedes Zyklin mit einem CDK zusammen den Zellzyklus reguliert und den Übertritt in die verschiedenen Phasen aktiviert. Dabei ist es so, dass Zyklin D und CDK4 entsprechend RB phosphorylieren, deaktivieren, phosphorylieren und dadurch E2F freisetzen. Dadurch haben wir dann entsprechend die Möglichkeit, den G1-Kontrollpunkt zu ermöglichen und der ist entsprechend damit verbunden, dass Zyklin E in einer hohen Konzentration vorhanden ist und mit CDK2 ein Komplex bildet. Anschließend haben wir dann am G2-Kontrollpunkt eine Bildung des Zyklin A mit dem CDK2 eines weiteren Komplexes und dann wird der abschließende Übergang in die Mitose vermittelt durch Zyklin B, welches einen Komplex bildet mit CDK1. Zusätzlich wichtig ist, dass es zusätzliche Regulationen durch CDK-Inhibitor-Proteine der INK4-Familie oder der ZIP- und KIP-Familie gibt. Wichtig dabei sind unter anderem P53 für die Apoptose bei DNA-Schaden. Nachdem ihr nun alles über die Zykline und die CDK selbst erfahren habt, wollen wir euch aber auch noch zeigen, was sie überhaupt vermitteln. Und sie vermitteln den Übergang durch verschiedene Kontrollpunkte und was das ist, erklären wir euch jetzt. Gucken wir uns nun noch die verschiedenen Kontrollpunkte bzw. Restriktionspunkte im Zellzyklus an. Grundsätzlich müssen wir uns dabei vorstellen, dass Kontrollpunkte der Überprüfung eines bestimmten Zustands dienen und dafür sorgen, dass kontrolliertes Zellwachstum stattfindet. Das ist ganz wichtig, denn nur durch kontrolliertes Zellwachstum ist es tatsächlich auch möglich, dass die Zelle ihre Funktion beibehält und aufrechterhalten kann. Dabei haben wir den Kontrollpunkt bei G1, bei G2, beim M-Kontrollpunkt und diese drei Kontrollpunkte sind die zentralen Kontrollpunkte, die immer wieder überwunden werden müssen bei jedem Zellzyklus aufs Neue. Einerseits gibt es den G1-Kontrollpunkt. Dort haben wir den Übergang in die S-Phase, der wiederum abhängig ist von der deaktivierenden Phosphorylierung vom Retinoblastoprotein PRB und dann die anschließende Freisetzung des Transriptionsfaktors E2F. Nur durch E2F haben wir schließlich den Übergang, der vermittelt werden kann. Hier auch wieder die Zykline, die eine entsprechende Funktion vermitteln. Der G2-Kontrollpunkt wiederum ist der Übergang in die M-Phase. Dieser hängt von der Bildung der M-Phase Promoting Factors ab. Das heißt, der MPF ist ausschließlich der einzige Faktor, der dafür dienen kann, den G2-Kontrollpunkt zu überwinden und dient der Entfernung von CDC25, um entsprechend dann die Initiation der Entfernung der Kernhülle stattfinden zu lassen, die Kondensation der DNA zu vermitteln und dass die Bildung der Mitose-Spindel stattfindet und dadurch haben wir dann entsprechend eine Überprüfung der Umweltbedingungen und nur wenn diese Umweltbedingungen optimal sind, kann entsprechend der G2-Kontrollpunkt überwunden werden und es kann schließlich in die M-Phase übergehen. Und dort haben wir nochmal den letzten Kontrollpunkt, den M-Kontrollpunkt. Dort haben wir nämlich die Trennung der Schwesterchromatiden, die abhängig davon ist, ob die Mitose-Spindel entsprechend auch angelagert sind. Falls das nicht so ist, ist es so, dass ein Anaphase-Wartesignal ausgesendet wird und dadurch entsprechend hier ein Zustand des Schwebens oder des Ruhezustands erzeugt werden kann und dadurch haben wir hier dieses Wartesignal, was dann den M-Kontrollpunkt entsprechend noch nicht überwinden lässt und erst wenn alle Mitose-Spindel angelagert sind, haben wir hier dann eine Überwindung des M-Kontrollpunktes. Wichtig ist dieses System insbesondere deswegen, weil die defekte Zellzykluses dabei zur Krebsentstehung beitragen und dementsprechend eine hohe Relevanz haben, um verschiedene Krebsentstehungen zu erklären und in der Diagnostik natürlich von großer Relevanz sind. Deswegen müssen die verschiedenen Kontrollpunkte eingebaut werden und die Defekte können unmittelbar zur Entstehung von Krebs beitragen. Lassen wir euch die zentralen Kontrollpunkte bzw. Restriktionspunkte noch einmal zusammen. Dabei ist es so, dass diese Kontrollpunkte der Überprüfung eines bestimmten Zustands dienen und dabei haben wir zunächst den G1-Kontrollpunkt. Dieser regelt den Übergang in die S-Phase und ist abhängig von der deaktivierenden Phosphorillierung von PRB und setzt dadurch E2F frei. Dann gibt es den G2-Kontrollpunkt, dieser der Initiation der Entfernung der Kernhülle, der Kondensation der DNA und der Bildung der Mitosespindel. Dadurch haben wir eine Überprüfung der Umweltbedingungen und entsprechend das Ganze findet nur statt, wenn die Entfernung von CDC25 stattfindet. Außerdem haben wir einen M-Kontrollpunkt, der ist noch einmal die Überprüfung der Anlagerung der Mitosespindel, kann ein Anaphase-Wartesignal aussenden und dient der Trennung der Schwesterkromatiden. Und das war es leider auch schon wieder von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne ein Like da lassen und gerne könnt ihr uns auch kostenlos abonnieren, das würde uns wirklich riesig unterstützen und auch riesig freuen. Und ansonsten nochmal der kleine Hinweis von uns, wir haben einen Kurs für euch verfasst, das heißt dort findet ihr nochmal alles schriftlich erklärt, nochmal ausführlicher erklärt und natürlich findet ihr dort auch Karteikarten, die ihr direkt zum Lernen benutzen könnt. Also, soll es das mit der Werbung gewesen sein und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Lernen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.